So, wir sind jetzt hier im Premium-Bereich. Eine kleine A5 Broschüre auf Heaven Heavy Superweiß gedruckt. Sie sehen hier absolute Schärfe und Brillanz der Farben. Ich zoome hier mal ran. Top verarbeitet im Premium-Heaven-Bereich. Auch im Innenbereich schauen wir uns mal die Farbflächen dementsprechend an. Farbwiedergabe, Brillanz und Sie sehen hier super Schärfe, einwandfreie Bild- und Papierhaptik.